Hallo meine Freunde, ich grüße euch im Jahr 2013. Ich danke für all eure Abos, eure guten Meinungen und für die vielen Dinge, die wir untereinander ausgetauscht haben. Ich wünsche uns auf dieses Jahr 2013 viele neue Karussells, gute Ideen, neue Freundschaften und noch besseren Lego-Bau. Ich erwarte in den nächsten Tagen 11 kg Lego, die habe ich mir bestellt. Dann kann ich mir wieder was Großes bauen. Jetzt am Wochenende ist in Leverkusen Wiesdorf, Karnevalsparty und Kostümprämierung. Ich ziehe für morgen an eine römische Toga, die hier. Und im Sommer, beginnend in Düsseldorf bei der CSD Parade, dann bei der Cologne Pride und bei der Kumpelparade in Essen und auch sonst wo, wo ich hingehen werde. Da werde ich dieses Gewand anziehen, mal ein ganz kurzer Schwenk drüber. So viel Zeit da nur erstmal vorraten, es ist riesig. Alle Grüße, alles Gute für 2013 und wir werden uns bei den nähen Karussells sehen. Dann clicken. Ciao.